Hallo Leute, herzlich willkommen zur Endlich-Ankündigung vom nächsten Live Twice Event. Morgen am Samstag, den 9. Januar, wird es endlich wieder um 15 Uhr ein Live Twice Event geben, auch wieder mit Livestream auf Twitch. Und es wird mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da mitspielt und auch wenn ihr nicht mitspielen könnt, dann freut es, also weil ihr zum Beispiel hier Java Edition nicht habt, dann freut es mich trotzdem, wenn ihr auch einfach nur beim Livestream mit dabei seid. Und ja, wir werden auf jeden Fall hier den ersten Release-Kandidate von Liv Twice sozusagen spielen. Und das bedeutet, wenn hier jetzt keine Bugs mehr drin sind, dann ist das sozusagen die erste Vollversion. Und wenn da noch Bugs sind, dann werden wir die hoffentlich auch morgen finden. Und die werden dann noch gefixt, aber dann kommt die 1.0 von Liv Twice raus. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Dann sage ich jetzt einfach nur noch bis dann, Leute. Bis morgen. Ciao.